Also. Ein Baum steht auf einem Baum. Ja. Ist ja nicht selten, aber... Man glaubt des Baum. Oh. Was passiert denn jetzt gerade? Die ganzen Zombies sterben. Da ist noch ein Rubberwood Baum. Ich muss ihn einfach an der Farbe erkennen. Du hast auch nichts für mich fallen gelassen. Doch hast du. Superschön. Ja. Und... Ah. Da. Schön. Dann haben wir noch einen Rubberwood Baum. Hm. Hier haben wir noch einen. Da steht noch einer. Boah. Hier ist aber sauviel mit Rubberwood. Oh. Oh. Aber die lassen alle keine Sachen fallen, weil die alle so dicht... Da sind ganz viele Einzelne. Ja, die hole ich mir alle jetzt. Die hole ich mir alle. Die hole ich mir alle. Natürlich hole ich mir alle. Ich glaube, dann habe ich auch genug fürs Erste. Hier. Heinz. Hallo. 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 Die lassen nichts fallen. Die sind böse von mir, Mami. Die lassen auch nichts fallen. Die sind böse von mir, Mami. Schön. Komm. Lasst mir fallen. Ich brauche das Zeug. Ich brauche den Stoff. Da. Zwei Stück. Super. Und jetzt? Ab nach Hause, würde ich sagen. So. Dann haben wir auch mal wieder einen kleinen Ausflug gemacht. Wie schön ist das doch. Ein Ausflug. Ah, und was ich auch noch mal machen sollte, ist Gras farmen. Ja. Ups. Entschuldigung. Denn man kann im Gras Kaffeebohnen finden. Und ich wollte mir ja mal Kaffee machen. Deshalb ist es vielleicht klug mal das Gras etwas. umzudrehen. So. Ich bin auch gleich wieder zu Hause. Dann gucke ich gleich noch mal, wie viel Zeit wir haben. Runter. Und hoch. Und runter. Und 50 Meter. Und. 30 Meter. Boah, was wollt ihr? Oh, Creeper. Wer? Wer? Du hast es nicht verdient. Und du Skelett eigentlich auch nicht. So. Das reicht für heute. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen ausleuchten. Damit hier nichts drauf spawnt. So. Das Ding ist leer. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. So. Die Teile müssen wieder raus. Und der Rest. Ach. So. Und der Rest. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Es ist besser. Ab ins Bett. Ab ins Bett. So. Wir haben. Ich glaube noch 30 Minuten. Ja. So etwa. Äh. Dann machen wir das auch. Hier sollte ich mal wieder was rausnehmen. Denn das ist jetzt fast wieder voll. Boah. Wie viel da einfach nur reingeht. Und. Es geht wirklich. Es ist wirklich wirklich heftig. Ox-Setting. Dann. Mushrooms. Weg dann. 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 Powderbox. Raw rubber. Dirt. Dann. Äh. Das brauche ich noch nicht. Genau. Knochen. Dann noch. Etwas von dem Rest. So. Ich habe jetzt. Rubber. Saplings ohne Ende. Ich habe die Knochen weggeschossen. Ich Idiot. Ich hätte die gerade benutzen können. Ah. Ich habe noch ein bisschen Knochen. Gut. Und Bone Mehl. Da habe ich noch eine Regelmenge. Oh. Thank God. You saved my bacon pal. Where are we going? Is this a jailbreak? Can't say a thing. So. Eins. Zwei. Komm. Wir nehmen mal drei. Abstand. Eins. Zwei. Drei. Immer Abstand. Dann müsste das auch. Klappen das alle selber. Sachen bekommen. So. Rubber Saplings. Ach. Zuerst nehme ich mal die. Die sehen schöner aus. So. Und die werden dann schön mit. Hallo. Bone Meal. Voll gepumpt. Schön. Schön. Auch schöner. Ist auch schön. Dann kommen die Robert Tree Saplings. Zack. Zack. Und was machen die. Wenn ich die mit Bone Meal. Voll mache. Hm. Ach. Das ist das. Und das ist. Industrial Craft Rubberwood. Gut. Also. Der Rubberwood. Bringt fast gar nichts. Es ist einfach nur. Es bringt dann diese. Trains. Oder wie die heißen. Eins. Zwei. Drei. Zack. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Boah. War das ein Frame Drop. Eins. Zwei. Drei. Nein. Doch. Zack. Zwei. 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 Boah. Drei. Zwei. Erstmal alles draufpacken. Zwei. 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 Aber, ich bekomme da immerhin diese komischen Steinen raus. So, ich glaube das müsste für den Anfang reichen. So eine Baumfarm. Au! Okay, da hing ich drinnen. Ja, damit. So, das ist alles mein Factory, okay. So. So. Da haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Was mache ich hier unten drinnen? Da haben wir noch was. Na? Das sieht nach nichts mehr aus. Das sieht auch nach nichts mehr aus. Und das ist das letzte. Gut. Würde ich sagen, es reicht für mein Vorhaben. Da haben. Das ist immer mit dem dämlichen Zeug da. So. 16 und die mussten hier rein. So. Ähm, ich muss mal kurz unterbrechen. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Und da sind wir wieder. So. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr wo ich war. Ach. Doch. Weiß ich noch. Ich weiß noch wo wir waren. Und zwar. Und zwar. Diese Robberbars kann ich jetzt benutzen. Um. diese Teile. Ich jetzt natürlich nicht mehr. Hier reinbekomme. Weil es einfach zu voll ist. was ich für Probleme habe. Gunpowder muss ich nicht wegwerfen. Das kann ich. Slime. Scrapboxen. Diese Robberbars benutze ich jetzt halt um. Das Zeug dann.